Ich schaue mir die Impulserhaltung beim Crash-Test an, also gelbes und blaues Auto rasen aufeinander zu und dann gibt es einen Crash, einen Zusammenstoßen, weil das gelbe Auto schwer ist, also das blaue, bewegen sich nachher dann alle nach rechts. Und die Situation führt zum Impulserhaltungssatz, das ist so eine Einführungsgeschichte, wie funktioniert der Impulserhaltungssatz. Also anstrengende Theorie, aber als Ergebnis, als Belohnung bekommt man ein Allge, eins der wichtigsten Gesetze der Mechanik. Genau, und ich habe hier, ah genau, nochmal die verschiedenen Buchwichtigen Sachen hier. M1 ist die Masse von dem gelben Auto und V1 die Geschwindigkeit des gelben Autos vor dem Crash. Hier M1, die Masse bleibt ja gleich, aber die Geschwindigkeit nach dem Crash ist eine andere, deswegen V1' und beim blauen Auto habe ich M2 für die Masse und V2. Und nach dem Crash bleibt die Masse gleich, das Teile wegfliegen lassen wir hier weg, aber die Geschwindigkeit ändert sich, das ist V2'. So, und jetzt kommt die Theorie, anschnallen, los geht's. Ich fange an mit dem dritten Newton, F12 gleich Minus F21, also Kraft gleich Gegenkraft, das gilt für so einen Crash. Wenn da zwei Leute sind und der eine schubst den anderen, dann gibt es nicht nur die Kraft von dem, der schubst, sondern auch eine Gegenkraft. Der muss sich hier mit seinen Füßen einspreizen, sonst fällt er auch zurück. Das ist dieser Newton und was wir noch wissen, ist F gleich M mal A, den nutzen wir, das ist der zweite Newton und einsetzen. M1 mal A1 gleich Minus M2A2. Die nächste Info von früher, A gleich Delta V durch Delta T. Differenz der Geschwindigkeit durch Differenz der Zeit. Also das A ist die Beschleunigung und bei der Beschleunigung geht's ja immer darum, so von 0 auf 100 km pro Stunde. Und welche Zeit, ja, Delta T. Differenz von Geschwindigkeit, Differenz von Zeit und bin ich gut, bin ich schlecht und so weiter. Hier habe ich jetzt also M1 Delta V1 Delta T gleich Minus M2 Delta V2 Delta T. Ich habe verschiedene Beschleunigungen, weil die Autos sehr verschieden sind, aber dieses Delta T ist das gleiche, weil es ist die Zeit hier, wie lange der Crash dauert. Also wenn es nur eine Sekunde lang dauert, wo die interagieren, dann ist es für beide gleich und deswegen kann ich dieses Delta T multiplizieren und es fällt weg und ich habe es nicht mehr. Und das wird ein bisschen einfacher. Also M1 Delta V1 gleich Minus M2 Delta V2 und jetzt setze ich ein, dass Delta V gleich, Delta V1 ist V1 minus V1 Strich, so geht es. Geschwindigkeit vor dem Crash, Geschwindigkeit vor dem Crash, Geschwindigkeit vor dem Crash, einsetzen. Und dann M1 V1 minus V1 Strich gleich Minus M2 V2 minus V2 Strich. Rein multiplizieren die Klammer. M1 V1 minus M1 V1 Strich gleich Minus M2 V2 minus V2 plus M2 V2 Strich. Die Idee ist jetzt alle Striche, also hier diesen Strich, der ist da rüber nach rechts und wo kein Strich dran ist, nach links. So, mit Plus, also das geht mit Plus rüber und das geht auch mit Plus darüber und dann habe ich M1 V1 plus M2 V2 gleich M1 V1 Strich plus M2 V2. Und das ist schon eigentlich das Ergebnis. Jetzt geht es nur noch um die Frage, was heißt das überhaupt? Und zwar sagen wir jetzt, also dieses Produkt M mal V. M mal V. Kriegt einen Namen, nämlich P. Und das ist der Impuls. Ja, neu definiert. Impuls. Hat keine Einheit, also Kilogramm mal Meter durch Sekunde. Und dann habe ich an der Stelle Impuls vom gelben Auto, Impuls vom blauen Auto vor dem Crash, Impuls vom gelben Auto, Impuls vom blauen Auto nach dem Crash. Das heißt also die Summe der Impulse, Summe P, ich mache es knapp, vor dem Crash gleich Summe von den P's nach dem Crash. Also die Impulse bleiben beim Crash erhalten. Und deswegen kann man mit dieser Formel so etwas berechnen. Die kinetische Energie bleibt nicht erhalten, weil es viel Reibung gibt, aber der Impuls bleibt erhalten. So, und jetzt hat man hier sehr viele Buchstaben. Ja, M1 V1, also was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Unbekannte. Ja, also 6 Buchstaben. Deswegen sind die Aufgaben meistens Sonderfälle. Also da hat man dann Sonderfall, zum Beispiel so eine Kanone, ja so. Und da ist eine Kugel drin und die schießt raus. Dann habe ich nämlich bei der Kanone habe ich vor dem Schuss den Impuls 0. Also die Summe der Impulse. Also an der Stelle hätte ich dann 0. Und das muss man sich genauer anschauen. Also in dem Video geht es so um die allgemeine Herleitung, Impulse halt allgemein. Und dann schaut euch noch die Videos an zu den Sonderfällen der Apfelschuss und die Kanone und das Boot und so weiter und so weiter.